einen wunderschönen guten morgen meine sehr verehrten damen und herren liebe freunde in deutschland ich begrüsse sie wie immer aufs aller herzlichste bei weltwoche daily die andere sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am freitag dem ersten oktober 2021 ich befinde mich hier im wunderschönen turmstudio des hotels bellevue in bern das ist eine traditionelle adresse ein hotel das sehr viel geschichte erlebt hat gehört zu den großen häusern am platz auch während der verwerfungen des 20 jahrhunderts gingen hier diplomaten politiker nationalräte bundesräte ein und aus hier sind schon allianzen geschmiedet karrieren gestartet und beerdigt worden das ist also ein geschichtsträchtiger ort ich weiß allerdings nicht wer in diesem sehr schönen raum eben in diesem turmzimmer seine spuren hinterlassen hat deshalb hinterlassen wir jetzt nachhaltigste spuren mit weltwoche daily und ich und ich bitte sie die etwas feierlich historisch knisternde elektrisch aufgeladene atmosphäre mit mir zu teilen in deutschland laufen die koalitionsverhandlungen da bin ich als schweizer überfordert wie da die einen und die anderen mit den dies mit diesen und jenen kungen was ich einfach feststelle ist dass parteiprogramme offensichtlich in der deutschen politik keine wirklich bedeutende rolle spielen ich habe dazu gestern mit einem freund von mir mit gabo steingart gesprochen der ja ein sehr schnell wachsendes unternehmen gegründet hat und seine redaktion befindet sich auf einem schiff pioneer one eine unglaubliche sache wir das hingestimmt hat und da also durch die deutschen kanäle kurvt und von dort eine ganz spezifische perspektive gewonnen hat auf die deutsche befindlichkeit und als ich ihm dann mit einigermassen grossen entsetzen berichtet habe dass ich das parteiprogramm der grünen schrecklich finde lächelte er das nur weg und sagte ja brosche wer liest denn noch parteiprogramme du bist der einzige und glauben tun sie sowieso nicht daran nun vielleicht bin ich hier als protestant der texte noch wörtlich nimmt bzw texte sehr ernst nimmt nicht unbedingt wörtlich man kann sie auch symbolisch nehmen aber zumindest die texte sehr ernst nimmt bin ich doch etwas anderer meinung ich finde parteiprogramme zählen weil die formulieren den verbindlichen auftrag für eine partei das ist ja meistens auch das resultat eines kollektiven oder demokratischen prozesses in dem diese parteiprogramme abgesegnet werden das ist quasi wie die produkte deklaration wenn sie ein coca cola kaufen zum beispiel dann wissen sie da ist coca cola drin und wenn sie die grünen wählen dann wissen sie da ist das drin was in diesem parteiprogramm steht in der schweiz beispielsweise die sozialdemokratische partei die hat die überwindung des kapitalismus drin ja okay also wir nehmen euch beim wort interessant ist dass ja sehr viele politiker sobald sie in die nähe der macht kommen sich von diesen programmen wieder distanzieren also sie finden in der schweiz nicht viele sozialdemokraten die ihnen sagen ja klar wir wollen den kapitalismus überwinden und ich vermute mal wenn sie die grünen darauf ansprechen auf all diese ziele und utopien und vor allem diesen ganz schrill anti marktwirtschaftlichen antifreiheitlichen kommando und kasernen ton der in diesem grünen programm drin ist dann werden sich vermutlich die habex dieser welt in rhetorischer vollendung davon distanzieren können und ihnen einreden dass das was dort steht nicht unbedingt mit dem etwas zu tun haben wird was sie dann in ihrem amt konkret an politik realisieren werden jetzt kann man das natürlich bejubeln und sagen ja ist doch toll das sind eben diese pragmatischen politiker und kaum sind sie einmal im amt ja dann legen sie etwas diese radikale attitüde ab ich kann hier nicht mit feiern denn ein politiker hat einen auftrag und sein auftrag wird formuliert durch die partei darum gibt es auch parteien damit das auch orientierung stiftet sonst sind die parteien ja eine rotary clubs der machtgewinnung sozusagen leitern zur selbstverwirklichung aber eine partei steht für eine botschaft steht für einen inhalt und die angehörigen dieser partei sind dann auch gehalten diesen inhalt in die politik zu tragen das gibt dem ganzen nach eine berechenbarkeit und das gibt dem wähler auch eine sicherheit dass das was er gekauft was er gewählt hat danach tatsächlich stattfindet wenn sie ein stück fleisch kaufen im restaurant da wollen sie auch nicht ein tofu oder eine suppe oder einen salat dann wollen sie dort wo fleisch drauf steht da muss dann auch fleisch drin sein deshalb sind politiker die sich da so leichthändig von ihren programmen entfernen und die da so wegschieben das sind fragwürdige politiker weil die offensichtlich ihre persönliche macht ihre macht chancen über das parteiprogramm stellen das ego ist wichtiger als die sache ist hier ein ganz entscheidender punkt und man muss sich etwas von der vorstellung verabschieden dass man sagt ja wenn jetzt halt dieser habeck nicht ganz so radikal ist dann wird er mir auch noch sympathisch weil er etwas näher in eine richtung kommt ja das kann man schon finden aber an sich muss ein politiker in der politik für das stehen was seine partei stehe was seine partei dafür steht und dann kann man immer noch im prozess der konsensfindung und der kompromissfindung von diesem und jenem abrücken aber sie haben eben viel zu viele opportunisten in der politik auch in der schweizer politik aber in der deutschen noch viel mehr weil sie höher bezahlt sind wir haben über die diäten und die pensionsansprüche gesprochen da stellt natürlich die karriere die laufbahn eine gewaltige eine gigantische verlockung dar und darum haben sie diesen berufspolitischen systemen auch viel mehr politiker die bereit sind für ihr amt für ihr prestig für ihr hoch dekoriertes nach oben kommen ihre grossmutter und ihr parteiprogramm und auch das land zu verkaufen als wähler in der demokratie müssen sie sicherstellen dass diese geländegängigen typen diese anpasser und windfahnen sich eben in der politik nicht ausbreiten können sondern dass man leute hat die dort für die grundsätze stehen die sie ja mit ihren parteien vertreten und ich bin ein ganz eindeutiger und unerschütterlicher erdbebensicherer verfechter des mehr parteien systems des pluralismus es gibt nicht nur eine wahrheit es gibt nicht nur eine partei es muss unterschiedliche strömungen geben es gibt unterschiedliche interessen es gibt unterschiedliche biografien und lebenswege und das muss in dieser ganzen parlamentarischen organisation in der parteiendemokratie verwirklicht werden diesen pluralismus aber da brauchen sie eben authentische vertreter die das machen was eben auch ihre parteien verbindlich als auftrag formulieren politik ist nicht einfach nur ein selbstverwirklichung ein ego trip leider ist es zudem oftmals verkommen so wir sind also jetzt in diesen koalitionsverhandlungen und da verfolge ich mit einem gewissen misstrauen die kompatibilität oder die vorauseilende kompatibilität der fdp ich bin ja von meinem weltanschaulichen setting oder von meiner festplatte her durchaus den liberalen zugeneigt in der theorie ich bin auch ein anhänger der freien marktwirtschaft des individualismus der meinungsäusserungsfreiheit der bürgerrechte der menschenrechte im zweifelsfall für den einzelnen man muss dem staat gegenüber kritisch sein den staat braucht es aber er ist ein notwendiges übel weil er ein monopol darstellt und deshalb die macht missbrauchsmöglichkeit immer sehr real ist deshalb ist für mich das liberale das freiheitliche ein ganz zentraler bestandteil einer erfolgreichen politik ich bin kein sozialist und die große gegenüberstellung die wir haben in der politik das sind eben die sozialisten wie auch immer sie sich nennen das sind die die für den staat sind und wir haben wenn man so will die liberalen das können nach die konservativen sein die sind eben für den einzelnen für die freiräume auch der unternehmer sie legen den akzent stärker auf dem einzelnen und der staat ist dort gut wo er die rechte und die entfaltungsmöglichkeiten nach die eigenverantwortung des einzelnen so wenig einschränkt wie möglich es braucht einen staat natürlich weil wenn sie gar keinen staat haben wenn sie kein recht haben dann bringen einfach die die starken die schwachen um dann eine raubtier gesellschaft das wollen wir nicht das gibt es aber auch nicht also die polemik dass wir da in einer raubtier kapitalistischen welt leben das ist humbug dass das stimmt überhaupt nicht das kann man so also mit leichtesten fakten auch belegen diese fdp von christian lindner ja jetzt ja ein ansprechendes resultat gebracht hat die ist ziemlich am flirten habe ich den eindruck mit diesen grünen mit den grünen die aber auf kriegsfuß stehen mit den idealen der fdp wenn man eben das grüne programm ernst nimmt und das ganze nicht einfach irgendwo als kuschel veranstaltung als 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 verfahren zur sich zur gegenseitigen zuschacherung von ministerposten betrachtet die grünen sind das gegenteil der fdp die grünen sind im prinzip ein natürlicher feind oder ein natürlicher gegner der fdp weil die grünen in ihrem parteiprogramm ganz klar kollektivistisch unterwegs sind sie sind gegen das eigentum sie sind gegen die eigenen verantwortung sie geht sie sind gegen die individuelle freiheit sie sind der meinung dass der staat das recht haben soll den menschen im namen der umwelt im namen des klimas massiv einzuschränken ihn sogar zu enteignen ihm in die persönlichsten lebensbereiche hinein zu regieren denken sie nur daran wer das co2 kontrolliert wer das co2 normiert ja der kontrolliert im grunde die atemluft regiert in ihre lufträure in ihre lunge hinein wenn sie das co2 kontrollieren und auch besteuern dann kontrollieren und besteuern sie alles und ich habe ja schon oft dargelegt dass diese grüne philosophie im grunde eine etikettenschwindel ist das ist für mich purer marxismus auch wenn das abgemildert in engels zungen verpackt daherkommt das sind alles kleine wölfe im schafspelz im grün angemalten dahinter steckt ein ziemlich rabiates sozialistisches enteignungs- und freiheitsberaubungsprogramm und deshalb staune ich ein bisschen wie diese fdp jetzt da auf bildern und selfies posiert mit den habecks und bärbocks da müssen die sich zusammenraufen in einer koalition aber irgendwie habe ich das gefühl da ist zu viel atmosphärisch positive verbrüderungs befindlichkeit drin vielleicht täusche ich mich vielleicht sind dadurch kritische energien da ich glaube es ist wichtig dass ihr widerstand geleistet wird gegen diese kollektivistische umverteilungs- und enteignungsschiene die ganz klar auch von den grünen massiv bewirtschaftet wird also die fdp ist mir hier ein bisschen zu wenig kritisch dran aber das wird man dann sehen was am schluss herauskommt das sind einfach so ein paar frühwaren gedanken für sie ich lese weiter dass es gegen armin laschet läuft es wird um ihn einsam die leute wenden sich ab söder für mich der destabilisator aus bayern darüber haben wir gesprochen vielleicht noch eine facette im zusammenbruch der cdu in dieser gesund oder auch ungesund schrumpfung diesem verkleinerungsprozess mir ist auch widersprochen worden aus dem kreis der deutschen zuschauer die haben mir gesagt eine besser geführte cdu könne problemlos wieder auf 30 oder 40 prozent kommen das sei also nicht so wie in der schweiz wo die bürger so misstrauisch sind dass sie keiner partei eine klare vor oder übermacht zu billigen bescheinigen wollen mag sein in deutschland haben sie tatsächlich schon grössere erfolge gehabt aber vielleicht sehen wir ein ein hier etwas eine angleichung eine schweiz eine verschweizerung aber mein punkt hier ist ein anderer der niedergang der cdu in ostdeutschland in den neuen bundesländern den finde ich signifikant ich habe darüber auch gesprochen mit philipp amthor einem jungen aus dem osten stammenden cdu abgeordneten einem shooting star den aber der dann aber ein bisschen unter die räder gekommen ist aufgrund von seinen privaten aktivitäten ich kann die nicht beurteilen abschließend was davon zu halten ist philipp amthor sicher jemand der die befindlichkeit im östlichen teil deutschlands kennt mecklenburg-vorpommern ist dort aufgewachsen und er hat in dieser diskussion einen wichtigen punkt gesetzt hat nämlich gesagt dass die cdu völlig unnötig im osten und darüber werde viel zu wenig gesprochen sehr sehr viel wähler an die afd verloren habe das bestätigt meinen punkt hier die afd ist das was die cdu csu einmal gewesen ist zumindest für den konservativeren teil dieser wählerschaft und die haben jetzt diese afd gewählt das sind keine nazis ist eine üble verleumdungskampagne und die cdu vor allem kanzlerin merkel haben sich an die spitze dieser verleumdungskampagne gestellt 2018 haben sie im grunde die hälfte ihres landes und den verdacht unter den schatten eines verdachts gestellt das ist dunkel deutschland das wort kam kam nicht von merkel das kam nicht von der cdu aber die haben das mitgemacht sie hat hier diese denunzierung sie erinnern sich hetzjagden in chemnitz die gab es hinten und vorne nicht es gab hetzjagden von marxisten auf rechte das habe ich gesehen in chemnitz es gab sicher auch das eine oder andere handgemenge aber das was hier suggeriert wurde was ja danach von der ganzen weltpresse aufgenommen wurde in einem gigantischen crescendo das hat so nicht stattgefunden aber ist ja logisch wenn sie als regierung wenn sie als cdu diesen stolzen sachsen thüringen den leuten aus den neuen bundesländern wenn sie denen sagen ihr seid nazis das ist doch eine unglaubliche für mich als als demokratischer schweizer verzeihen sie meine emotionalität das ist doch unfassbar und da muss man sich doch nicht wundern wenn man diese leute verliert an eine partei die denen den stolz den berechtigten stolz auch auf ihre deutsche heimat wiederzugeben versucht das hat auch nichts mit nazitum zu tun hier wird so unseriös diskutiert wird hier also wirklich mit fragwürdigsten historischen parallelen gearbeitet gilt für mich übrigens auch für die links partei für mich ist ein oscar lafontaine kein neuer erich honecker oder ein walter urbricht auch wenn ich herrn lafontaine einmal in einer fernsehsendung in deutschland gesagt habe ich wundere mich warum ein so intelligenter mann wie sie einen derartigen unsinn erzählen kann als er hier seine sozialistischen rezepte für die bundesrepublik predigte das hat ihn aber nicht daran gehindert auch weiterhin mit mir zu sprechen das schätze ich an den lafontaine er ist einer der durchaus vielleicht hat er es auch vergessen nemer qualitäten zu haben scheint also diese partei ist links aus meiner sicht abzulehnen ich bin nicht dafür aber die ist parlamentarisch zumindest noch hauchdünn berechtigt aufgrund der direktmandate also muss man das respektieren die haben auch einen demokratischen auftrag die abgeordneten der links partei das sind nicht einfach stalinisten und leninisten wie man das in der geschichte hatte diese rhetorik ist auch unseriös genauso falsch ist es davon zu sprechen dass man diese afd irgendwo in den zusammenhang mit dieser ganzen hitler zeit bringt das ist wirklich nicht korrekt und vor allem ist es eben eine beleidigung für diese menschen in für diese deutschen in den neuen bundesländern und es ist völlig klar dass sie sich davon von so einer partei dann nicht mehr vertreten fühlen und erstaunlich ist eben dass diese analyse in der öffentlichkeit in den medien kaum vorkommt und da hat amtor glaube ich völlig recht wenn er sagt das muss viel stärker auch in die selbst analyse der cdu hineingetragen werden wie sie hier im grunde sich in komplett ins offside manövriert haben stellen sie sich vor im osten muss er diese cdu jetzt mit den linken paktieren um die afd zu bekämpfen werden sie sich im westen sozusagen als bürgerlicher als bürgerliche avantgarde als bürgerliche nummer eins partei verkaufen wollen also das ist eine seelenspaltung dagegen ist faust ein perfekt ausbalanciertes individuum gewesen unglaublich also eine mehr als faustische seelenzerklüftung die wir da innerhalb der cdu beobachten was wiederum meine these unterstreicht dass diese cdu sich derart verloren hat in diesen macht betrunkenen merkel jahren dass sie in der opposition wieder zu sich selber finden muss interessant dass da die cdu oder auch nicht mitmachen die kommen eben auch nicht weg vom heroin der posten vom heroin der karriere des prestiges ihrer da geheizten büros mit den mitarbeitern und einige haben noch einen dienstwagen klar diese macht in deutschland korrumpiert weil sie eben auch sehr gut bezahlt ist aber sie als wähler müssen eben darauf achten dass sie leute nach berlin bringen die tatsächlich für die sache stehen und nicht primär für sich selber jetzt bin ich gleich einen ganz provokativen gedanken heute haben sie in deutschland im grunde nur noch zwei parteien sie haben alle parteien und sie haben die afd sie haben im grunde ein kartell die sind alle ungefähr miteinander anschluss und verbandelungsfähig okay man grenzt diese links partei aus aber die links partei ist kein relevanter faktor auf der bundesstufe sie ist auch nicht die totale antithese die spd die grünen sind da in ähnlichen gefilten unterwegs die verbünden sich im zweifelsfall alle auch gegen die afd also die große reizpartei die reizfigur ist hier die afd das ist die oppositionspartei schlechthin darum wird sie auch ausgegrenzt darum will man mit ihr nicht reden einfach weil sie eben anders ist weil sie eine alternative hier bringt und die anderen möchten diese alternative delegitimieren indem sie sie ausgrenzen und anschwärzen die fdp wie sind mit dem von dem ausgegangen hat ein ansprechendes resultat erzielt aber das muss man auch sagen die fdp hätte meines erachtens viel stärker sein müssen im grunde hat die cd auch einen steilpass gespielt und die medien haben ja die fdp gerade zu hofiert und ihrem vorsitzenden linden es gibt also eine heimliche sehnsucht in der fdp bzw in der deutschen bevölkerung in gewissen kreisen auch bei den journalisten man ist für diese fdp weil das irgendwie etwas elitärer sagt man ist danach teil einer geistigen liberalen avantgarde man ist etwas besseres als der sogenannte angeblich dumpfe obrigkeitshörige deutsche ich teile das überhaupt nicht diese polemik gegen die deutschen aber eben die fdp hätte hier im grunde alle sympathien gehabt deshalb muss man schon auch ein bisschen ein fragezeichen hinter die performance dieser partei setzen die hatte so viel rückenwind warum hat sie nicht mehr gepunktet und das liegt eben daran eines erachtens dass sie sich auch zu sehr noch an diesem wog zeitgeist anbietet ich habe gehört das muss man aber verifizieren dass die fdp im bundestag sogar anträge eingebracht hat um die begriffe vater und mutter nicht mehr zu verwenden die gendersprache hat man da macht man mit all diese dieser dieser gesellschaftspolitische wahnsinn der jetzt da grassiert der aus den usa auch bei uns überschwappt da macht die fdp mit weil eben die fdp auch cool sein möchte weil sie gut dastehen möchten weil das image und das prestig und das charisma und die salantauglichkeit ganz wichtig sind und da locken eben auch die verführungskräfte der posten meine herrn lindner sie erinnern sich werte sich damals dagegen in einer jamaika koalition mitzumachen und jetzt hat er nichts dagegen in einer ampelkoalition mitzumachen so viel einfach zu grundsätzen und prinzipien die man bereit ist sobald der nektar der macht lockt über bord zu werfen und die einzige partei und das ist jetzt die provokative aussage aus meiner sicht jetzt vielleicht liege ich falsch aber die einzige partei die wir in deutschland haben wo ich sicher weiß da spielen die posten schachereien eine untergeordnete rolle wobei sie auch dort eine rolle spielen selbstverständlich wird auch eine afd korrumpiert durch dieses durch diesen machtapparat durch dieses machtmonopol in berlin durch diesen staat mit all seinen annehmlichkeiten natürlich haben sie das auch und sie haben nach vertreter dieser strömung ich würde herrn leuten dem parteivorsitzenden ganz klar als so einen apparat politiker den apparatschie als ein karriere politiker bezeichnen der natürlich hier deshalb auch diese linie fährt damit der eben quasi nicht mehr so stark kritisiert wird damit man mit diesen oppositionellen anfeindungen dass man davon weniger hört aber insgesamt betrachtet nobody is perfect selbstverständlich das haben sie in allen parteien aber insgesamt gesehen ist die afd aus meiner sicht jene partei wo sie noch am ehesten leute drin haben die bereit sind die sache über sich selbst über das prestige über die den posten zu stellen die so viel schlucken müssen die so viel dreck angeworfen bekommen dass man daraus zwingend ableiten muss also denen geht es jetzt sicherlich nicht darum in der politik sich selber dazu verwirklichen die könnten es bequemer die könnten es angenehmer haben wenn sie da nicht mitmachen würden und am extremsten angefeindet wird ja björn höcke das ist ja der teufel das dürfen sie in deutschland das sehe ich immer wieder in talkshows dessen namen den dürfen sie gar nicht erwähnen der hat sich ja zum skandal von anfang an gemacht also mal in einer talkshow eine deutschland fahne ausgerollt hat dann hat er das holocaust denkmal einmal als denkmal der schande bezeichnet das fand ich auch jetzt eine völlig deplatzierte aussage von ihm hat sich dann herausgeredet und gesagt ja das sei doppeldeutig oder beziehungsweise das sei falsch verstanden worden weil die schande sei ja die schande der deutschen aber ja also ich meine da würde ich jetzt sagen das sind schon auch intelligente leute die wissen natürlich wenn sie solche aussagen fallen lassen dass das auch in dem ganz falschen kontext und ganz falsch und anders ankommen kann und hier war klar der hat einfach quasi dieses denkmal da ins ins lächerliche ziehen wollen zumindest so kam das rüber so konnte man das empfinden und ich würde sagen bei aller dispaulen distanzierten wohlwollen ja das sind delikate themen und da müssen sie sich als politiker schon auch irgendwie auszudrücken wissen da können sie nicht einfach mit der kettensäge mit dem baseball schläger und diese themen ran das ist eine ziemlich behutsame angelegenheit und da fragt man sich dann ja warum liefern jetzt diese leute da ihren gegnern nach noch die messer in die hand also da wird dann die afd gerade zur selbst erfüllenden prophezeiung ihre ihre gegner und ihre feinde die nur darauf lauern dass sie sie in dieser nazi schublade versorgen können aber auch dieser höcke müssen sich das einmal vor augen führen hat ja ein glanzresultat in thüringen eingefahren und das heißt doch dass die thüringer die nun ihren höcke etwas besser kennen als vielleicht die berliner die baden württemberg oder die journalisten in hamburg oder in der hauptstadt die scheinen da nicht ganz den gleichen eindruck zu haben dass sie hier einen zweiten hitler wählen und da müsste man doch irgendwann einmal als deutscher journalist bereit sein sich mit der realität zu befassen und nicht mit den projektionen die man auf diese realität wirft da müsste man zum beispiel mal die thüringer frage du wie seht ihr es denn eigentlich findet ihr denn das nicht ein problem was er da gesagt hat vielleicht findet die thüringer auch dass höcke das ganz anders gemeint habe damals mit diesem holocaust denkmal vielleicht haben sie das ganz anders empfunden man geht ja so weit dass die journalisten gar nicht mehr mit ihm reden mit den taliban reden sie aber mit der höcke reden sie nicht und das sagt im grunde eigentlich schon alles bei aller kritik die man ja sogar noch haben kann aber ist einfach nicht mehr professionell und da sehen sie eben auch dass die medien teil dieses mainstream kartell sind und die opposition in ein schiefes licht setzen wollen das ist interessant also das finde ich eigentlich die interessante story hier wie alle gegen eine partei gehen und wie man jetzt so tut als sei da eine gewisse demokratische normalität eingekehrt in berlin dabei hat das ganze doch einen etwas unwirklichen surrealen charakter weil eine partei die immer noch zweistellig gewählt wird mit führungsschwäche natürlich die wird mehr oder weniger ignoriert in diesem ganzen in diesem ganzen thema drin und armin laschet seine cdu hat eben den kapital fehler gemacht den osten integral preiszugeben und die quittung hat sie jetzt bekommen das ganze ist ein symptom für ihre desorientierung aber ich wollte hier einfach noch mal den punkt setzen dass diese dieses missverständnis zwischen den menschen in den neuen bundesländern und der missverständnis und den den leuten in den alten bundesländern dass die irgendwie aneinander vorbeireden oder viele von denen ich weiß es nicht zu meinem eindruck man hat das gefühl im osten da sind also nationalisten unterwegs und die kommen den westlern irgendwie komisch vor dabei müssen die sich doch ja die müssen sich verständigen eine andere eine andere möglichkeit gibt es ja hier nicht wenn wir von dieser deutschen situation und das ist vielleicht mein nächster gedanke in dieser sendung den ich den ich ihnen noch mit geben möchte nachher schauen wir noch kurz auf ein paar weitere news wenn ich mir so die politische landschaft insgesamt anschaue wenn ich so ein bisschen beobachte auch mit dieser pandemie was jetzt passiert ist dann sehen wir eine ganz klare konfliktlinie in der international aber auch in der nationalen politik der einzelnen staaten es gibt im grunde wie zwei große lager sie haben auf der einen seite die politischen internationalisten oder die politischen globalisten das ist ja auch sein wort das fast schon auf dem index steht also die leute die da im begriff sind staaten die politik möglichst international institutionell zu vernetzen die europäische union ist quasi institutioneller ausdruck dieses versuch den nationalstaat zu überwinden durch ein supranationales so nennen sie sich supranationales institutionelles gebilde und das problem diese supranationalen oder internationalen oder globalistischen institutionellen einrichtungen ist immer dass sie ein demokratie defizit haben denn in diesem internationalismus hat der einzelne der bürger irgendwo in seinem land einfach weniger zu sagen zum teil nichts zu sagen und die eu ist ja ein klassischer ausdruck in der eu haben sie im grunde eine regierung eine exekutive und gesetzesproduktions maschine eine gesetzesfabrik aber wie genau kann man eigentlich als bürger auf diese gesetzgebung einwirken und das ist nicht nur eine kritik die davon ganz rechts außen kommt sondern zum beispiel der frühere deutsche bundespräsident roman herzog hat sich damit auch auseinandergesetzt in einem grossen essay in der welt am sonntag 2006 bereits hat roman herzog gesagt 84 prozent aller gesetze die in deutschland verabschiedet worden werden in jedem jahr 84 prozent die kommen aus der europäischen union ohne dass der bundestag ohne dass die deutsche demokratie im grunde die absegnen kann die werden quasi eingeflogen über die bande brüssel und das ist ein riesiges thema also hier findet natürlich ein großer entfremdungsprozess statt ein entdemokratisierungs prozess und die ironie besteht darin dass ja die medien eben auch teil dieser internationalistischen globalistischen wie sie immer das nennen wollen elite sein möchte die gegen den nationalstaat sind das sind die populisten sind die nationalisten sind die hinterwäldler und sie bezichtigen dann die die gegen diesen politischen internationalismus sind das ist etwas anderes als der wirtschaftliche internationalismus die globalisierung die etwas sehr segensreiches ist man könnte auch von freihandel sprechen und die medien kritisieren dann ironischerweise die die dagegen sind gegen diesen internationalist als feinde der demokratie dabei sind die die gegen den internationalismus den politischen sind die sprechen im namen der demokratie sie möchten wieder mehr verantwortung auf den nationalstaat zurückziehen weil eben der nationalstaat und auch dafür gibt es unverdächtige zeitzeugen nämlich ralf darendorf den bedeutenden liberalen soziologen und philosophen ralf darendorf hat gesagt demokratie kann nur innerhalb des nationalstaats funktionieren und da hat das selbstverständlich recht ganz ursprünglich war der nationalismus ja auch eine philosophie die sich mit dem liberalismus verbündet hat nationalismus und liberalismus gehörten ursprünglich zusammen in der schweiz sind sie auch eine fruchtbare legierung eingegangen aber eben in deutschland in italien in anderen ländern nicht auch in frankreich zum teil nicht in italien hat das ganze zum faschismus geführt und in italien und in frank und in schuldigung in deutschland hat die verbindung von nationalismus und nationalstaat und demokratie am schluss in den rasereien des nationalsozialismus geändert hier haben die linke nach nicht so gern wenn man sagt dass die nationalsozialisten sozialisten waren die möchten sie ja lieber den konservativen dem liberalen lager zuschlagen was geistesgesichtlich völlig falsch war hitler war ein kollektivist hitler war ein ursprünglich sogar ein marxist er hat sich dieser linken sozialistischen bewegung zugehörig gefühlt ist auch an wertigungen bedeutenden sozialisten waren dabei aber er hat sich dann eben entschieden den sozialismus sozusagen den internationalsozialismus mit einem nationalsozialismus zu kontern und das hat dann natürlich dazu geführt dass der begriff national in deutschland verständlicherweise total toxisch ist ein radioaktiver begriff mit dem man nichts zu tun haben möchte aber das problem besteht eben darin dass ralph darendorf recht hatte du brauchst für die demokratie den nationalstaat und jetzt haben wir eben diesen konflikt weil wir in den letzten jahren einen massiven globalisierungsschub auch in der politik hatten immer mehr international abgehobene gremien die da irgendetwas ausgebrütet und entschieden haben zum beispiel auch in der eu frau merkel und der mark und herr sarkozy haben ja bei abendspaziergängen über milliarden von rettungspaketen da befunden ohne dass die generalstände wie im adeligen europa oder die demokratischen parlamente da irgendwie mit oder eingewirkt haben beziehungsweise die parlamente erscheinen dann eher wie vollzugsorgane diese bereits vorgefertigten entscheide sich da zu betätigen und das löst bei den leuten nicht nur in deutschland in vielen ländern ein berechtigtes unbehagen aus und das was am meisten unbehagen auslöst ist ein symptom dieses internationalismus des politischen nämlich die aufhebung der landesgrenzen mit ihrer migrationspolitischen folge mit dem ganzen migrationschaos das im gefolge dieser grenzöffnung dann stattfindet und deshalb deshalb kommt es zu diesem protest kommt zu diesem sogenannten populismus im namen des nationalstaats aber diese bewegungen in meiner wahrnehmung sie nicht gegen die demokratie gerichtet im gegenteil sie möchten wieder mehr demokratie in die nationalstaaten zurückholen das bringt mich zum letzten thema da möchte ich hier aufhören weil sonst würde das zu weit führen das bringt uns zum streit zwischen polen und der europäischen union da geht es nämlich um die frage was gilt landesrecht oder europäisches recht und die polen auch die ungarn das sind europäische staaten eu-staaten die eben genau diesen internationalisierungstrend in der politik nicht wollen sie möchten wieder mehr demokratie mehr nationalstaat und deshalb treten sie dafür ein zb mit ihren verfassungsgerichten wird wieder dem nationalstaat mehr gewicht zu geben aber die eu hält dann hier eben dagegen und versucht das in eine ganz fragwürdige ecke zu bringen das zu verleumden und das finde ich falsch ich sehe hier die rationale seite ich sehe warum es diese bewegungen gibt und das hat nichts mit einem angriff auf die demokratie zu tun sondern im gegenteil für mich ist auch diese politische internationalismus eine riesige gefahr für die demokratie weil er eben abgehoben ist notgedrungen abgehoben ist und deshalb die leute überfährt entfremdet und sie auch tendenziell immer mehr ausschließt aus dem prozess der demokratischen willensbildung und die leute haben jetzt jahrhundertelang für ihre demokratie gekämpft die staaten und die nationen die lassen sich das nicht so leicht von einer polyglotten elite wieder wegnehmen deshalb das sind hier die grossen bewegungen die wir haben die spielen jetzt in diesen koalitionsverhandlungen keine so wichtige rolle das was da zusammengefunden hat in berlin das sind alles vertreter dieses internationalismus und sie haben im grunde in deutschland eine partei die sich da dagegen stemmt und die wird dann konsequenterweise in die nazi in die undemokratische ecke gestellt weil es dort angeblich fragwürdige leute geben soll die da mitmachen oder mitgrölen mitlaufen wie auch immer da muss man sehr genau aufpassen wenn solche denunziationsprozesse laufen das hat es immer gegeben das hat es in der sowjetunion gegeben das hat es aber auch im bürgerlichen europa des kalten kriegs gegeben als man jeden linken kritiker der regierungspolitik als ferngesteuerten agenten moskauß bezeichnet hat davon halte ich nichts in der demokratie sind wir gefordert unsere mitbürger gerade die anders denkenden sehr ernst zu nehmen und ihnen zuerst einmal zu unterstellen dass sie vielleicht auch recht haben könnten das bringt mich zurück zu hans georg gadamer und der hermeneutig suche auch dort wo du nicht einverstanden bist zuallererst einmal den punkt der wahrheit so ich habe geschlossen ich danke ihnen ganz herzlich für die aufmerksamkeit eine etwas philosophische sendung heute zum wochenende ich hoffe ich konnte ihnen ein paar anstöße vermitteln freue mich wenn sie dann am montag wieder dabei sind wenn es heißt weltwoche daily die andere sicht vielen dank